Regenbogen-Tunnel, aah! So. Es ist ein sehr alter Aufzug. Er wurde von Mayas erbaut. Okay. Hallo Maya Aufzug. Danke. Du spürst ein Kribbeln in den Bauch. Erebus muss nah sein. Weil... oder ich hab Bauchweh. Man weiß es nicht. So. Was bist du? Ein Knöppel. Hallo Knöppel. Ich nehm mir doch gleich mal in die Hand, weil ich dich bestimmt wieder zwei Meter später brauche. Ja. Ähm. Gut. Dann gehen wir da durch. Dann öffnen wir das. Und setzen den Knopf dorthin. Und... Wenn man den Knopf direkt neben der Tür versteckt, ist das keine Herausforderung. Smiley. Dieser Smiley hat meine Aussage ungemein verstärkt. Hebel hier hin. Okay. Dann wird der Hebel genau hier sein. Oh. Ich habe einen Hebel gefunden. Ich bin so ein Genie. Ich fühle mich so herausgeballert. So. Zack. Hallo. Nun bist du wieder im Bunker. Jo. Jetzt stehe ich auch. Und da ist ne Knöppel. Ah. Guck mal. Öfen mit Pfeilen. Und nem Bogen. Dann können wir den doch mal Bogenisieren. Wo sind die Pfeile? Da sind die Pfeile. So. Jetzt wirst du Bogenisiert. Zahle es ihm heim. Alles was er dir angetan hat, wird... Ähm. Er würde es bereuen. Äh. B-b-b-b-b. Oh nein. Ich bin so gemein. Zum Sandfriedhof. Story. Mit R. Erebos ist sehr klug. Den, den du getötet hast, war nicht Erebos. Er ist sehr weit mit Klon-Technologie und hat sich klonen lassen. Also sei wachsam. Es muss noch irgendwo gleich sein. Was? Er muss es nicht gleich sein. Aber du schaffst das. Aufgabe. Deine Freunde, Gefangenen, haben dir ein Minensystem gebaut. Es ist noch ein wenig kaputt. Aber du kannst es reparieren. Wow. Schiene. Poway. Schiene. Minecraft. Ich weiß nicht, was diese hieroglyphische Meldung mir sagen soll. Aber ich muss scheinbar eine... eine Schiene, eine Power-Schiene und ein Minecraft craften. Okay. Minecraft kriege ich ja noch hin. So. Wie ne Kart. Dann, wie ist ne Schiene? Ich weiß nicht. Irgendwas mit Stöcken, glaube ich. Oder? Sowas. Ich habe seit Ewigkeiten... Ich google mal kurz. Dupdi-dupdi-dup. Minecraft... Crafting. Crafting. Dupi-dupi-dup. Dupi-dup. Dupi-dup. So. Dupi-dup. Rechtsklick. Irgendwas. Blablabla. 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 So. Hier wird es doch schon... Sieht schon besser aus. Betten. Farben. Huch. Habe ich wegge... Überscrollt. Nochmal. Wo sind Schienen? Da sind Schienen. Okay. Genau andersherum. So. Zack, 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 zack. Wir brauchen außen sechs... Aber wir brauchen eine Power-Schiene, ne? Da brauche ich Gold. Sechs Gold. Okay. Haben wir auch. Kein Problem das Ganze. So. Und so. Und da drunter ein Redstone. Okay. Haben wir auch. Schiene. Power... Normale Schiene brauchen wir dann noch auch. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Stock. Schienen. So. Sechzehn Schienen kriegt man da mittlerweile raus. Das war früher aber weniger. So. Hier muss eine Schiene. Gut. Das haben wir. Wieso repariere ich eigentlich die ganze Strecke, wenn ich diese sowieso im Nachhinein hier entlang gehe? Redstone Fackel. Äh. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die mir craften darf. Aber ich crafte die mir einfach, weil ich kann, ne? Ich bin gut, joo. Und wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht. Cool. Ich flieg einfach raus. Sehr gut gemacht. Leitern hätten ja nicht genützt oder so. Okay. Ich fahr da jetzt einfach mit meinem Minecraft mal entlang, ne? Weil, äh. Ich lauf doch jetzt nicht die ganze Strecke entlang, um sie zu reparieren, um sie im Nachhinein dann nochmal zu fahren. Hubala. Fast ohne Minecraft losgefahren. Hm. Funktioniert gut. Gut. Hier fehlt irgendwie ein Threadstone. Aber steht ja nicht da, dass ich was setzen muss. Hui. Jau. Ich hab. So. Zack. Da muss ne Power schienen. So, und weiter. So, da muss ne Power schienen. Zwei sogar. Zui. Und. Danke, Creeper. Danke für diesen netten Empfang. Ein goldenes Schwerzeug und irgendwelche Tränke. So. Möchte ich alles nicht. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Friedhof. Rib. Johannes. Rib. Günther. Rib. Gronsch. Rib. Rahmschnitzel. Ja. Rib. Zombie. Oh. Ich darf mein eigenes Grab aufmachen. Schalter. Warum hab ich einen Schalter in meinem Grab? Wo ist meine Leiche? Achso, ich leb ja noch. Haha. Rib. Möge. Kies. Okay. Und 26 Pfeile, die ich nicht benötige. Gut. Dann öffnen wir einfach mal hier das. So, zack. Geh mal rein. Erebus war der König der Untotens. Thron von Erebus. Huch, da hat sich irgendwo ein Pisten geöffnet. Der Palast ist jetzt zerfallen. Und hier ist offen. Ist da in dem Brunnen irgendwas noch? Ja, ich sehe in der Unten eine Kiste. Gut. Hoffe ich mal, dass ich nicht ertränke, wenn ich jetzt diesen Slime-Ball hole. Du, blub, 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 blub. Na? Was reg hier ne? Blub. Und du 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 du. Es scheint als ob du mit deinem Bogen in das Loch dorthin schießen musst. Finde die Truhe mit Pfeilen und Bogen. Es muss Nacht sein. Die Truhe mit Pfeilen und Bogen habe ich doch schon Ewigkeiten wo sie in meine Pfeile hin. Ich weiß es nicht. Was habe ich nur mit meinen Pfeilen getan? Ich weiß nicht. Wo habe ich die Pfeile her? Hier könnte ihre Werbung stehen. Nicht mehr. So. Äh, wo waren die Pfeile? Die waren doch hier gerade noch irgendwo. Da vorne drin oder? Kann das? Nein. Da waren die an einem der Gräber. Ach guck mal, da ist auch Ding. Das kann ich auch zerschlagen. Äh. Ach, ich habe in Minecraft die Pfeile reingelegt? Warum? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich weil ich Platz brauchte. Und Schallplatten. Cool. Dann machen wir die beste Musik. Star. Yeah. Das ist der Flow. Kommt da jetzt wir jetzt ein bisschen. Ein bisschen einfach so chillig Kopfnicken. So muss das. Okay. Und weiter. Gut. Dann haben wir unseren Bogen wieder. Also beziehungsweise unsere Pfeile. Und können dort drüben. Und ah bam. Warum muss ich das machen? Ich wette er versucht bestimmt mit dem Update System zu arbeiten. Ah guck mal es funktioniert auch. Gut. Wunderbar. Ich hoffe dieses Update System ist cool. Was ähm. 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 Aktiviert Redstone Leitungen. In der Sekunde in der sich ein Block. Neben. Äh. Einer Pistolleitung. Also beziehungsweise einer Redstone Leitung. Ähm. Verändert. Kann das Blöcke. Also durch einfach berühren von einem Pfeil. Zum Beispiel durch einen Block. Aktiviert sich da eine Redstone Leitung. Das ist sehr cool. So. Jetzt ist es. Ist wieder Tag. Äh. Ich sehe zwar keinen Tag. Aber wenn das Spiel so sagt. Dann ist jetzt Tag. So. Story. Du hast es geschafft. Doch. Erebro scheint nicht hier zu sein. Wahrscheinlich versteckt er sich wieder unterirdisch. Es war nur ein kleiner Friedhof. Der Große erwartet dich. Doch. Ähm. Aufgabe. Finde Erebro schnell. Möglich schnell. Es muss Nacht sein. Ja. Oh. Okay. Ah. Das ist ein Knopf. Huch. Ich wäre ja hier gestorben. Hätte ich nicht aufgepasst. Na gut. Aua. Ich habe mich schon wieder selber mit dem Pfeil getroffen. Ich bin so gut. Hallo Dispenser. Warte. Warte doch. Da will ich reinkießen. Auch wenn es unnötig ist. Nein. So. Äh. 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 Meine Pfeile. Sie fliegen so weit. Warte. Oh. 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 Hör. Das ist ich zu viel queeren. Oder? Oh. 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 So, ich hab grad mein Schwert nicht ausgerüstet, du bestippst mit deiner Spitzhacke. So, wo ist mein Schwert? Da ist mein Schwert. Wie viel Müll man auch einfach hat. Ich suche mal kurz mal alles da reinschmeißen und suche mir dann wieder raus, was ich überhaupt brauche. So, ich möchte ein... Oh, hier mein Schwert. Dann möchte ich einen Bogen. Dann möchte ich 64 Pfeile. Dann möchte ich das gebratene Schweinefleisch. Dann möchte ich die Halltränke. So. Dann möchte ich die 15 Goldäpfel. Äh... Ein Schild. Immer gut. Schwert und Schild, ne? Brauche ich noch was? Die Stickies nehme ich mal mit, das Eisen nehme ich mal mit. Ach ne, das war das Eisen, was ich abgebaut habe. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Hoffe ich hab nichts über... Oh, 64 Erfahrungsfläschchen. Boah, ich bin schon Level 10, Level 11. Boah, ich bin voll der Hacker. Ich bin Level 12. Geil. Okay, 13. Oh, ich wollte mich gerade ansehen, wie die Kugel um mich herumfliegen. So, ist da noch ein Feuerzeug vielleicht drin? Äh, nö. Trotzdem nochmal sortieren. Zack. Und... Da lang geht's nicht. Ne, ihr. Das haben wir schon gelernt. So, dann gehen wir mal da durch. Nehmen wir kurz so einen Goldapfel. So. Und kriegen wir eine goldene Spitzhacke. Und einen Apfelunterfahrung. Okay. Und wie soll ich jetzt hier durchkommen? Oder da rüber? Ich versteh's hier nicht. Ich versteh hier nicht. Ich versteh hier nicht, was er von mir möchte. Ich soll ja wahrscheinlich da durch. Ich soll dafür wahrscheinlich den Pisten aktivieren, dass er einen Feuerball schießt. Äh, den Ding. Aber wo aktivier ich ja wahrscheinlich den da drüben drin? Wie komm ich da rüber? Durch eine mystische Brücke aus Schwemmen. Wenn jemand die richtige Lösung sagt kann, kann er es ihm bitte in die Kommentare... Nicht mal? Hä? Wie aktivier ich dich? Hier unter dem Kies vielleicht? Nee. Ich glaube jetzt nicht. Zombies töten sich eh alle gegenseitig. Also eher selbst durch die ganzen Fallen hier. Stirb Kies so. Ich versteh's nicht. Komisches Zeug. Egal. Wir gehen einfach mal weiter. Vielleicht war irgendwo ein Schalter und ich habe ihn nicht gefunden oder so. Jump! Oh Gott, dann hätte ich an die Wand gemusst, sonst wäre ich gestorben. Nun bist du ganz unten angekommen und willst alle unter und besiegen die Statuen. Staturen. Staturen werden dir helfen. Singleplayer setzpawn. Setzpawn. Lege dich schlafen nach Tiet. Ja. Ich hab's jetzt spawn gemacht. Enderpearln. Dirt. Gold Apples. Bewahre dir eine Enderpearl. Du darfst jetzt Erde setzen. Aber hol dir immer nur einen 64. Ja. Schön, dass du es mir vor sagst. Ähm. Erde auf die Vieh. Wo komm ich die Spitzakindunsa? Hallo Spinne. Hallo Schleim. Töt. 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 Ah, den brauchen wir auch. Wunderbar. Äh, für einfach so. So, Tür hinter mir zu, dann folgt mir auch kein Viech. Nun darfst du keine Blöcke mehr setzen. Lege die Art ab. Wow. Gut. Licht, 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 Licht. Es scheint, als gäbe es einen Erdrutsch. Nein, es seint, als gäbe es einen Erdrutsch. Ähm. Okay. Hab ich nicht viel gemerkt von. Besonders, wie soll ich jetzt hier durchkommen? Gar nicht. Cool. Ist wieder irgendwo ein Knopf, den ich nicht sehe. Nö. Komme ich noch zurück? Nö. Hab ich ja zugemacht. Okay. Ich schlag den Kies weg. Zwei sogar. Gut. RIPkino.io, Jonathan, Gronsch. Kann ich nicht ran. Mega-Upload. Kann ich da ran? Nö. In Petersgrab kann ich das. Das ist eine Zombie-Hand. Da kann ich auch nicht ran. Da kann ich auch nicht ran. Hoch, kann man doch ran. Jo. Aber da ist nirgends was drin. Da kann ich nicht ran. Da kann ich nicht ran. Da ist ein Knopf. Okay. Wunderbar. Gut. Dann nehmen wir den Knopf. Und platzieren ihn dorthin, wo wir die Ranken wegschlagen müssen. Zwangsweise. So. Dann hier hoch. Erebus muss in der Nähe sein. Na gut. Dann suchen wir doch mal Erebus. Hallo, ihr Stein-Golems. Äh, ähm, Ding-Golems. Gut, ich habe ihn gefunden. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie ich ihn von da oben bitte treffen soll. So, ich drücke mich einfach hier oben. Und kriege hier so weit vor, dass ich ihn so treffe. Okay. Der Boss ist tot. Wir sind alle frei. Tschüss, Eisengolems. Hui. Hm. Das war scheinbar keine richtige Lösung. Oder doch? Ich stehe in Laber. Unter der Map. Ich glaube, es stand irgendwas da anfangs, dass wir einmal sterben müssen. Vielleicht sollten wir aber dann hier oben rauskommen. Man weiß es nicht. Wir schauen einfach mal nach. Weil irgendwie fehlt mir doch so leicht das Ende. Äh. Besonders, ich habe mir einmal in Spawn gesetzt. Hä? Ah, hier bin ich. So, gucken wir nochmal nach. Hallo. Hallo. Erebus ist in der Nähe. Das erwartet mich nur der Tod. Hi. Äh. Ist das jetzt also das Ende? Keine Schilder? Ist dir die Lust vergangen, Schilder zu schreiben? Oder warum? Ist das Ende einfach, hey, stirb. Okay. Oh, hi. Was machst du denn hier in der Leitung drin? Das ist bestimmt nur ein Erebus wieder. Das war nur da oben wieder ein Klon. Du hast dich eigentlich in der Leitung versteckt und mich dann umgebracht. Das weiß ich doch. Ich check's nicht. Mino verstehen. Ist ja also nirgends in irgendeine Richtung ein weiter Weg. Einfach jetzt ohne ein Wort Ende. Da ist nur wieder die Leitung. Toll. Na ja, super. Tolles Ende. Gut. Dann war's das mit dieser Map. Die komischerweise einfach völlig spontan aufgehört hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn das heißt Let's Adventure Your Minecraft. Ja, Mr. Eisengolem. Bis dann, euer Zombie.